Das ist unvermeidlich. Ich persönlich kann nicht sagen, dass es mir viel ausmachte. Auf jeden Fall brauchen wir etwas Ruhe. Morgen. Es gibt kaum einen besseren Ort in der Welt. Diese eisblaue Helligkeit. Caracal. Caracal. Ist der blaue Mond. Der Berg aller heiligen Zeiten. Morgen allerseits. Guten Morgen. Ausgezeichnet geschlafen. Die Betten sind gut. Das Bad läuft schnell ein. Berghotel Shangri-La. Jetzt noch ein weiches Ei und die Tageszeitung. Wie haben Sie geschlafen, Mr. Mellison? Es geht. Ich vermute, wir werden heute doch von hier nicht wegkommen. Diese Kerle sind typische Orientalen. Man kann sich nicht dazu bringen, irgendetwas schnell und effizient zu tun. Konnten Sie eine vernünftige Auskunft aus diesem Chinesen herauskriegen, nachdem ich ins Bett gegangen war? Er ist mir verflucht verdächtig. Wir haben nicht mehr lange geredet. Er war ziemlich unverbindlich und zurückhaltend. Ja, wir werden ihn heute ganz schön nach Vordermann bringen müssen. Ohne Zweifel. Und die Tageszeitung. 终ig. Vielen Dank.